Wir haben es Samstag, 30. Juni 2018, Werbung nervt, 14.08, Windows 7 Internetzeit, der Stream startete allerdings 14.07. Okay. Der Chat ist noch offen. Ihr müsst alle mal F5 drücken, wenn ihr jetzt die neuen Anzeichen unten sehen wollt. Und ich starte jetzt das Spielhaus Lüpper. So. Mein Statistiktext runtergerattert. Jetzt kann ich wieder normal reden. Okay. Moment. Alter, ich habe viele Tabs, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich mache es fast wie mein Ex-Kumpel. Hat da auch immer 50.000 Tabs offen. Jetzt muss ich Skype erst mal schließen. Wo ist mein Haus, Lüpper? Ah, hier. Die Ladezeiten von den Spielen sind auch astronomisch. Und was das an Grafikleistung frisst, das wird jetzt wieder eine Ruckelorgie. Der Ruhm war mal richtig angenehm. Ich bin dabei, mein viertes Haus zu renommieren und zu verkaufen. Die 20 Tutorial-Aufgaben habe ich dann durch. Wo es darum gibt, Häuser aufzuräumen und so ein bisschen zu renovieren. Aber jetzt kaufe... Also Privathäuser. Aber jetzt kaufe ich sie ja selber. Und renoviere jetzt schon mein viertes Haus. Ich bin mal gespannt, wie es diesmal wird. Diesmal hatte ich ja richtig... Habe ich ja sogar eine Zusatzwand gezogen, um Stube und Küche zu trennen. Und schaut euch mal die Küche an. Ihr werdet jetzt gleich die schönste Küche im Universum sehen. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist übrigens mein Haus hier. Mit dem schönsten Bild des Universums und dem schönsten Menschen des Universums. Schaut euch noch mal diese Frohnatur an. Ist das nicht eine Frohnatur? Eine absolute Frohnatur. Das da essen übrigens Vegetarier. Da ist nicht ein Funken Fleisch auf diesen zwölf Pizzen, die ich da an der Hand habe. Wie viele sind es eigentlich? Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, trotzdem nicht nur 16. 16 Pizzen sind es. Ich mag glückliche Ossis. Und ich mag glückliche Wessis, die sich über glückliche Ossis freuen. So, jetzt habe ich es ja auch eben. Ja, es gibt doch nichts über glückliche Menschen, ne? Das ist doch Wahnsinn. Und Pizza macht so glücklich. Auch wenn mir jetzt mal Spiegel wird, der Freund. Ich will nicht wissen, dass die alles für Gifte reinmischen, die Pizza. Aber schmecken tut sie wahnsinnig fantastisch. Auf der Roten, da ist sogar Mais. Das ist eine ganz extraordinäre Sache für eine Pizza. Das hier ist Ulikis Lieblingsbild. So, für die, die es noch nicht gesehen haben. So, und jetzt... Das ist meine Wohnung. Ach ja, und mein neuestes Lieblingsessen, was ich noch nie probiert habe. Aber unbedingt mal probieren möchte. 100% veganes Hack. Für 2,79 Tonne. Das ist wirklich geschenkt. Das ist wirklich geschenkt. Ja, beim schwarzen Hunde-Netto. Oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ich irritiere das sowieso, dass es zwei Arten von Nettos gibt. Sind die irgendwie firmenmäßig verwandt, oder? Brauen die Ereignis dir. Brauen die Ereignis dir. Schau dir meine Strukturierung der Wand an. Das finde ich auch mega. So, veganes Hack. So. Elegante Küche. Elegantes Bad. Die, die es noch nie gesehen haben. Aber leider keine weiteren Anschlüsse, wo wir keine Haus und Außen nicht erweitern. Das ist ja nicht doof. Man kann es von innen alles machen, aber du kannst es von außen nicht. Man kann es jetzt nicht einfach eine Wand setzen und einen Raum mehr machen. Finde ich total scheiße. Ehrlich gesagt. Okay, machen wir weiter. Jetzt zeige ich euch mal, was ich für eine geile Küche. Welchen ist meine Küche scheiße. Ja, so sah das Haus aus. Das ist Küche und Stu in einen. So sah das Haus vorher aus, bevor ich es renoviert habe. Ich habe da jetzt eine Mauer gezogen. Und die Küche sieht es auch definitiv anders aus. Die ist klein, aber fein, die Küche. So was kleines, aber feines. Ich will ein Backstein von außen. Von draußen übrigens. Hier, das ist erstmal der Flur. Der sah total vergammelt aus. Der ich auch komplett anders gestalte. Ich mag Flure. Kann man die Jacken hinhängen. Das Licht hier wechselt manchmal die Farbe von schwarz zu braun. Seht ihr das? Da ist die Grafik so bräunlich. Und hier so schwarz. Und im Lichtschalter. Okay. Das Bad, ja, das ist ein Kunstkniff gewesen. Ufo ist davon schlecht geworden. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaugummi. Ähm, ja. Das Bad ist auch schon renoviert. Was sagt, was haltet ihr von diesem Bad? Das ist auch schon fertig. Komplett fertig. Inklusive Marmor-Eschwecken. Ich meine, wer möchte nicht so ein Bad haben? Milka-Bart. Ja, ja. Wie sagt der uralter Fips Asmus ein Gag? Sagt Phipps Asmund 1, Nöka Schokolade, mach den Schneeberg, warte Das ist mein Schlafzimmer, ein Traum aus Rot-Blau-Gold Auch mit wunderschönen, eleganten Bildern Zwei spiegelartige Schränke Schlafzimmer ist auch schon komplett renoviert Lampes Original So, und auch die Küche ist fertig Arbeitsraum und Stube sind noch nicht fertig Das ist die Küche Ist es ein Traum oder ist es ein Traum? Habt ihr schon mal? Jetzt ganz ehrlich, bitte ehrlich sein Es sei denn, es widerspricht meinen Aussagen Dann nicht mehr ehrlich sein Bitte ganz ehrlich sein Und sagen, das ist doch die schönste Küche des Universums Edelsteigkühlschrank Ist das eine geile Küche? Ist die saftig? Einen echten Mahagoni-Tisch Edelsteigkühlschrank 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 Ne, das ist jetzt der Außenwand Scheiße Darf Außenwände nicht abreißen Total beschwert finde ich das Das ist ja so eine Wulstecke Die Einrichtung ist schön Ja, danke Also so eine Küche hätte ich auch gerne in real life Aber könnte man glauben Diese kleine Küche hier Die ist topbett so groß wie meine real life Küche Die ist richtig geräumig Küche im Dunkeln Küchermellen Ja, ja Das ist aber eine feine, feine Küche Die Lappen sind Die Lappe ist neu Das war eine Und das wird noch einmal Arbeitsraum Den muss ich schon vergipsen Obwohl das Haus saumäßig war Ich glaube es heißt ungebetene Gäste Ja, weil so viele Kakerlaken drin waren Obwohl das Haus sehr, sehr müllig war Musste ich die Fenster nicht putzen Die waren sauber Total kurios Ich habe mal eine große Heizung ran gemacht Das ist selten, dass man so viel Platz hat Ich weiß noch nicht ganz schlüssig Wo ich den Fernseher dran mache Aber Wandfernseher wäre mal geil Das ist schon eine neue Tür Hübsche Veranda Leider kein Bunker Ich hoffe ich kann mal ein Haus mit Bunker Bauen, wollte ich sagen Kaufen, wollte ich sagen Ich hoffe ich kann mal ein Haus mit Bunker kaufen Das ist ein schmuckes Haus Echt schmuckes Haus Schmuck, schmuck, schmuck Jo, welche Farbe wollen wir? Ich glaube den Arbeitsraum, den mache ich grün Die Stube mache ich Schwierig Da gucke ich einfach mal Was man so an Farben findet Das letzte Haus habe ich schon Lavendel gemacht Aber es muss quieken Da gibt es echt nur wenig Farben Drei, vier Farben, die ordentlich sind Nehme ich die ja Das ist noch eine Ordinallampe Einfach so was ziehe ich hier drüber Ohne Tabete Und das ist noch eine Ordinallampe So, now that we have all of this, I will probably have my lamp, it's my piece of two-star Oh, heute Samstag, oder? Ups! Wisst ihr, was ich heute noch für Videorendern hochladen muss? Oha! Erratet ihr nie! Na, geht doch. Die ordentliche Farbe hat nicht beleuchtet. Ich muss es leider noch rendern. Nervt ein bisschen. Aber ich werde heute... Du, es ratet doch mal, was ich heute für Videorendern hochladen werde. Die beliebteste Senderei ist das aktuell auf meinem zweiten Kanal. Das wird von allen geguckt, auch von Leuten auf Twitch, die sonst meinen zweiten Kanal nicht gucken. Aber diese Videos, die gucken sie. Alle abwesen schon? Du, 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 du... Zwar da alle... Vorhaben, alle weg, spricht keiner mit mir, schade. Zuckt's wie blöde, muss erst die Grafik, muss erst die Farbe in den Zwischenspeicher rammeln, oder wie, oder was, oder wie. Kabelanschlüsse, praktisch, genau da wollte ich Fernseil machen, du ladest ein Pornovideo aus der Reihe Blasen, exakt, genau, Licky, genau das, auf YouPorn, gleich noch verlinken, nie, die beliebteste Sendereihe, aktuell auf meinem Zweitkanal, heißt CS Beauty Palace. TV Ja Hübsch, 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 Very Hübsch, selten geiles Sofa. So richtig Hübsch ist, weil die Ausweiser war sportanisch. So, hier ist ein Soundlager, Windbust. Hehehehe Lass mich doch mal in Ruhe! Ich hörte vom Motten belästigt, Leute. Was sieht denn nach Stupenschrank aus? Ah, das hier war mega! Nur halt mit Wengetüren. Ach, die Stauern ist im Kotzen. Ja, die Stauern ist im Kotzen. Ich nehme meine Elie! Die Vengeltüren für die Weltlaser. 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 Die Vengeltüren. Die Vengeltüren. Die Vengeltüren. Doppelt und dreifach hübsch. Doppelt und dreifach. 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 Na, wird diesmal die Farbe reichen. Sie reicht! Freuen! Wer hat das dann als Stube? Hier werdet ihr Zimmer. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr konisch. Sehr gut. 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 Sekunde, ich muss mal was nachgucken. Ich muss mal grob was nachgucken gehen. Was ist denn das? Achso, die Wienchen-Datei. Ich hoffe, ich muss mal was nachgucken. Genau. Ich hoffe, ich muss mal was nachgucken. 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 Okay, weiter geht's. Das zählt immer noch als Zimmer. Wieso wertet ihr das als Büro? Das wertet ihr als Zimmer. Das Schlafzimmer. Das haben wir verstanden. Oh, Couch und Stube? Das haben sie aber nicht verstanden. Egal. Das ist nicht so wichtig. Ich habe eh nicht mehr so viel Spaß angegeben. Auch wenn das Gestalten mit Farben durchaus ganz witzig ist. Ich habe einen Text auf die Taschmeldung. Es ist nicht viel Spaß. Ich habe dann die Taschmeldung. Ich habe jetzt die Taschmeldung. Stromgenerator. Nett. Oh ja, die Brauheitsbücher. Jetzt werdet ihr immer noch ein Zimmer, das kann ich nicht nachvollziehen. Noch jetzt Bücherschränke. Bücherschränke. So. 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 zu dieser Küche. Große Schlafzimmer, süß. Große Schlafzimmer. Es sind zu viele Zimmer. Ja, haltet ihr was. Technische Gräben. Seht ihr am Privatraum? Doch, hast du doch. Noch ein Schlafzimmer. Ja, es gibt keinen Platz für Bücher und Dokumente. Das laber nicht. Oh, das ist so ein klemes Bett. Das fällt super ein. Man schläft so. Die Familie, die sich beschwert, gibt mir am meisten Geld. Die sich am meisten in Rot beschwert. Kinder lieben es, ihre Finger in den Mund zu stecken, wenn sie auf dem Boden spielen. Deswegen ist Sauberkeit unabdinglich. Das Haus ist doch sauber. Zu lang. Was habe ich denn dafür bezahlt? 40. Und kriege ich denn durch 50. Das Handeln wir mal noch hoch. Um 10.000. In Ordnung. Na, das ist doch schon ein ordentlicher Preis. Preis fast verdoppelt. Die Möbel durch den Verkauf und durch die Verhandlung fast verdoppelt den Preis. Das ist mal. Mein viertes Haus. Warum schafft Reischheit? Oh, kreativ. Ach, irgendwelche Käufer haben immer auch etwas zu meckern. Man kann es in dem Spiel einfach nicht recht machen. Jetzt geben wir noch mal ein schönstes Haus des Universums. Klein, süß, wein, wein. So, Leute. Dann beende ich jetzt den Strayarm und mal gucken, ob noch jemand zum Hosten da ist. Ne. Das ist ja gruselig. Alle off. Okay, dann hoste ich niemanden. Dann müsst ihr euch jetzt langweilen. Vielleicht komme ich am Nachmittag noch mal wieder. Wer weiß, vielleicht zu dem Nachmittag ja auch jemand anderes. Aber jetzt verabscheue ich mich erst mal und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschü-dü-dü-dü-ding-dong-day Kola Busch Mittagessen wartet